Wir haben uns heute gemeinsam mit dem Team der Mobilität die Produktion der Züge angesehen hier bei Alstom. Züge, die in Südtirol ab dem Jahr 2025 dann in Betrieb sein werden. Es ist eine große Arbeit, die dahinter steckt, eine Projektierungsarbeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Züge im Grenzgebiet Züge sind, die in unterschiedlichen Stromsystemen funktionieren müssen, auch in Österreich funktionieren müssen, auf der Hochgeschwindigkeit und auf der Regionalstrecke. Das heißt, drei unterschiedliche Stromsysteme und das wird natürlich eine neue Technologie sein, die in Südtirol dann bis über die Grenzen hinaus verkehren kann. Wir sind sehr stolz auf der Visiten der Provinz von Bolzano, hier im Saavillano, wo die Training mit RadiaStream, die neue Generationen regionalen von Alstom, die grundlegendlich sind, die sehr wichtig sind sind, dass die 30% weniger werden, und die 30% weniger werden, und die 30% weniger werden, die 30% weniger werden. Die Training, die extrem innovativen, werden in den 31.8. Adige aus dem Jahr 2025 Untertitelung. BR 2018